Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war das große Robbing-Up, was ich hier in Düsseldorf je erlebt habe. Viel Erfolg, toll, toll, toll und danke sehr! Wir treten hier auf unter dem Motto Unternehmen tun Gutes für Düsseldorf. Wir bieten kostenfreie Bewerbertrainings an, für die man natürlich auch etwas tun muss. Das heißt, wir haben hier einen Kicker aufgestellt und wenn man gegen uns gingert und gewinnt, dann kann man, wie gesagt, dieses Bewerbertraining gewinnen im Wert von 100 Euro. Wir haben hier eine Niederlassung in Düsseldorf und dort wird das Ganze angeboten. Wir hoffen natürlich auch, dass wir mit unserem Boot, wir sind heute mit einem sehr starken Team hier vertreten, nicht nur auf die hinteren Plätze kommen, sondern natürlich möglichst auch in den ersten Bereich und gucken wir mal, wie es heute funktioniert. Das sind das, das sind die Amen. 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 Und das wollen wir nicht vergessen, alles das, was heute gespendet worden ist und wo Sie mindestens einen von 999 Preisen gewinnen können, geht ja Ihrer Aktion Schule in der Kiste zugute. Wir bitten das gesamte Team nach oben, die SWD-Dragon! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017